Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Tastaturen Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Microsoft All-in-One. Als nächstes hat unser Keyboard-Vergleich mit einem Gerät von Microsoft zu tun. Die Microsoft All-in-One Media Keyboard ist besonders mit ihrem integrierten, großen Trackpad zu erkennen, das Ihnen eine Maus bei der Bewegung ermöglicht. Darüber hinaus ist die Tastatur ebenfalls perfekt als Alternative zu einer Druckknopfsteuerung, da Sie das Gadget ebenfalls einfach an Ihre Smart-Television oder Ihre Videospielkonsole anschließen können. Damit Sie die Tastatur einfach von der Couch aus nutzen können, verfügte das Tool von Microsoft natürlich auch über einen drahtlosen USB-Empfänger. Um das King so bequem wie möglich zu gestalten, hat die Tastatur extrem ebenen, etwas abgerundeten Geheimnissen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Logitech K800 Kabellose. Natürlich darf ein Gadget von Logitech in unserem Keyboard-Kontrast nicht fehlen. Der Logitech K800 ist das ausgezeichnete Keyboard für alle, die viel auf dem Computer arbeiten. Das allererste, was Ihnen auffällt, ist, dass es sich um ein drahtloses Keyboard handelt. Der entsprechende Empfänger ist so klein, dass Sie ihn einfach in Ihr Notizblock stecken lassen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass es abbricht. Besonders erfreundlich ist, dass Sie hier keine Batterien austauschen müssen, können das Tool aber einfach mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel von SEA abrechnen. Auf Platz 3, haben wir die Sharkoon Skill-App Pro. Als nächstes hat unser Tastatur-Kontrast mit einem Videospielgeburt von Sharkoon zu tun. Das Tool begeistert die Spieler nicht nur mit seinem niedrigen Preis, sondern zusätzlich mit insgesamt sechs programmierbaren Schaltern, die Sie nutzen können, um verschiedene Aktivitäten so schnell wie möglich zu tun. Mit programmierbaren Makros können Sie beispielsweise den einzelnen Schlüsseln, Passwörter oder bestimmte Aktionen in Ihrem Videospiel zuordnen. Dank des integrierten Onboard-Speichers können Sie die spezifischen Einstellungen auf jeder Art von Computer nutzen. Dieses Tool verwendet Sie zusätzlich einen trendigen, eckigen Stil, der prompt zeigt, dass es sich um eine Videospieltastatur handelt. Um zu Gov Nummer 2, haben wir die Harvard Gaming Tastatur. Der dritte Punkt in unseren Tastaturen-Kontrast auf Stern.de ist eine Sammlung mit einem Videospielgeburt und eine entsprechende PC-Gaming-Maus. Es ist besonders interessant für Spieler, dass das Keyboard Ihnen drei verschiedene Einrichtungsoptionen für den Schlüssel-Holder liefert. Mit einer Taste von FM plus F1-F2-F3 können Sie zwischen 400 Millisekunden, 600 Millisekunden sowie 800 Millisekunden für ein optimales Spielerlebnis wählen. In Bezug auf die Hintergrundbeleuchtung ist besorgt, die Keyboard bietet Ihnen vier Betriebsarten mit sieben verschiedenen Schattierungen, wo Sie zwischen niedrigen, hohen sowie pulsierenden Beleuchtung wählen können. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Cherica CN1000. Mit der Cherica CN1000 erhalten Sie eine wirklich einfache Tastatur, die Ihren Zweck noch erfüllt und vor allem auch einen günstigen Preis bietet. Für knapp unter 14 Euro hat die schwarze Cherica Tastatur keine einzigartigen Funktionen zu bieten, sondern begeistert mit ihrem einfachen und auch extrem ebenen Layout mit abgerundeten Seiten. Mit dem Mörmer Keystroke, Service dieser Tastatur ist wirklich friedlich, weshalb dieses Gadget ist besonders geeignet für Personen, die viel schreiben und auch nicht beabsichtigen, andere Personen mit dem Schnickschnall von Geheimnissen zu ärgern. Dank der abriebfesten Laser-Essential-Abdeckung können Sie sicher sein, dass Sie auch nach ausgiebiger Nutzung alle Tricks noch erkennen können. Darüber hinaus verwendet die Cherica Tastatur drei blaue Zustands LEDs und insgesamt vier Hotkeys für Rechner, E-Mail, Browser und Truhe-Modus. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte Marc, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.